Ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. So, ich habe ein bisschen Sachen verkauft und mich ausgerüstet. Ich habe für sie nur diesen hässlichen Hut gekauft und für Absinthika habe ich so ein Diadem gekauft. Das war's. Kruscht verkauft, ein bisschen eingelagert. Mehr habe ich nicht gemacht, aber ich denke, das da vergeht echt wirklich viel Zeit. Jawohl, ich habe es geschafft. Darauf kann ich dann, ja, könnt ihr auch wirklich darauf verzichten. Das ist sehr langweilig. So, jetzt bin ich hier hochgehüpft, um was festzustellen? Nichts festzustellen. Warte mal, aber warum kann ich hier hochklettern? Warum kann ich jetzt hier wieder hochklettern? Schon sehr dunkel, muss ich sagen. Ich gehe jetzt hier runter. Aber halt, 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 halt. Ja, hat gut geklappt. Ich will wissen, wo hier was steht. Hier links ist irgendwo ein Ausrufezeichen, aber ich finde es nicht. Wo bist du? Oh, direkt vor der Nase. Von Zelten bis zu Decken, von Stühlen bis zu Kochtöpfen, unsere Lageraufstattung haben, alles, was ihr für nahe und ferne Reise braucht. Ihr werdet nirgendwo ohne einen hingehen wollen. Okay, deswegen habe ich so einen Aufstand gemacht. Ähm, jetzt müssen wir überlegen. Wieso denn noch? Gesteht es ja? Wie hier so komisch da stand. Sehr verbrechtlich war das. Was haben wir denn jetzt für Quests? Jetzt gucken wir mal. Wir haben, wir müssen hier irgendwie einen Ort finden, suchen. Ähm, Magiestab und Groschwert sollten wir mal finden. Ähm, ähm, bedrohende Monster. Wenn ich jetzt wüsste, wie spät es haben. Schleiche dich zwischen Mitternacht und ruhig das Hintertor in den Palast. So. Wisst ihr was? Das macht man. Ja. Aber wie kommen wir da an? Eidenei. Wir müssen sie und so. Wo ist sie? Wo ist sie? Was will ich? Was denn? Was ist denn? Geht die jetzt wieder hin, oder? Ich glaube schon. Sieht gut aus. Ich würde gerne wissen, wie spät es wohl. Wo kriege ich denn hier eine schöne? Uhrzeit her. Solche Ruhe ist ein Segen. Ach Gott, ich hab schon wieder Schiss. Das ist gleich wieder verkackt. Ich bin da, mein Freund. Ich bin da. Du sagst mir, wo wir hin sollen. Es war eine eventvolle Reise, aber wir haben es hier alles gut gemacht. Wenn du auf deinem eigenen Liste gehst, dann... Du bist die Erinnerung, ja? Die Kapp... Seid mich! Kriegt die mich jetzt da hin, oder? Was ist das ganz? Ich glaube... Das könnte so sein. Was ist denn hier los? Zwischen Mitternacht und Morgenkorn. Zwischen Mitternacht und Morgenkorn. Wenn ich jetzt wüsste... Ich kann halt nicht... Nicht schleichen. Ich habe ein bisschen Angst wieder. Ich kann halt nicht schleichen. Die Kappersgahre? Okay, thanks. Okay, das war ja toll, was ich die gerade gemacht habe. Hä? Gleich in das Zimmer. Wo soll ich denn da hinschleiten, verdammte Axt? Was? Möchte jemand hinter mir herkommen? Hoffe nicht. Aber es klappt gar nicht. Komm da rein einfach. Ja, es klappt. Ach, war das nicht der, der mal verfolgt worden ist, den wir da gesehen haben? Das ist nicht mehr eine Frage. Es ist klar, dass wir in der Grunde sind. Meine Worte. Das heißt, Sie sagen, dass Sie die Wahrheit sind? Dass der Sovereign, der aktuell in der Paläne ist... Könnte Mutter auch eine Hand haben in das? Regent Kinn Sven erscheint zu sein, aus seiner Chabers. Sie sehen ihn? Ich? Nein, Herr. Okay. Ich weiß, was zu tun ist. Nichts mehr, oder? Forgive me. I couldn't sleep. I thought the strong might clear my head. Oh. So, geschafft. Aber was ich jetzt noch machen will, ist... Ich habe nämlich da hinten noch was gesehen, was interessant war. Vermerkt eines Soldaten im Dienst. Ich komme nicht umhin, es seltsam zu finden. Früher lungerten basalen Scharenweise um den Riftstein herum. Aber ich habe schon einige Zeit keinen einzigen mehr gesehen. Es ist schwer vorstellbar, wohin sie verschwunden sein könnten. Ich frage mich, ob darüber Bericht erstattet werden sollte. Es war jetzt nicht... Elementar so wichtig. So. Jetzt aber weg hier. Wenn es auf jeden Fall geschafft ist, was Gutes. Weiß halt nicht, darf ich mich hier aufhalten? So. Jetzt mal gucken. Aufträge. Er ist wieder im Gasthaus. Okay. Ich würde gerne mal diesen Gegenstand hier reinziehen. Wo ist er hier? Ja. Ach, halt. Halt. Wieso hat meine Madame das eigentlich nicht? Den Weg kenne ich jetzt schon. Schon mal gut. Wie jeder, der mal so ein paar Let's Plays von mir gesehen hat, weiß wie gerne ich mich doch verlaufe. Ja, was war das denn? Das heißt... Der ist nur mal der hier rum. Hey! Schau es auf. Oh. Oh. Ja, dann mal gut. Ey, warte mal. gerade habe ich noch so gequillt weil ich mich da zurecht finde blablabla was hast du denn hier sie hat ja sowas an dann kann ich ja in einen da könnte ich da was aufsammeln dann kann ich den quatsch verkaufen was verkaufen und zwar hier schön gehen wir zur wirtschaft schauen ob wir da unseren rumpel brand finden bei boden zu sein äh blablabla 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 was das denn kassenbuch eines händlers habe ein paar leute in der taverne über einen laden drüben in der ruhestadt reden hören als kuriositätenhandel haben sie bezeichnet klick nach nichts besonderem aber scheinbar kann man dort fälschung herstellen lassen das grimoire gegen den ich all mein gold verloren habe war wohl eine solche vielleicht kann ich es mir ja zurück verdienen indem ich selbst fälschung herstelle und eine sammlung verkaufe wo soll das sein in der ruhestadt wer bist du warte bist du gelten alle ähm ach so habe ich es doch gemacht ich würde so ja ja wo ist jetzt ich will jetzt in diese wirtschaft hier rein so weg kann ich sie voll hier los das da haben wir noch ja ich habe schon Zeit gehen wir wieder rüber auf den Tisch ja ok mach mal wir lassen uns lieben wir werden uns zetteln wir sehen uns bei Ein natur das auf diese die 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 Ja, ich bin sehr gut. Ich denke... Deezer hat sich auch auf der Bühne von unseren eigenen Sohn. Es ist eine Überraschung, aber eine willkommene. Deezer ist die Doten-Motor vor dem Regen. Wenn Regen King Sven ist bereit, zu helfen uns bei Deezer-Fokus, dann können wir hier noch mehr benötig... Du hast gut gemacht, Frau Majestät. Aber ich bin mit der Hilfe, ich kann es aufnehmen. Es scheint, dass wir die König-Regenten haben. Wir sollten uns einen Augenblick auf sie in den Tagen zu kommen. Ich bin nicht sicher, was wir hier beschäftigen. Es ist viel, was wir wollen. Wenn wir zu strengen, Ihre Majestin's Claim, als ein Ort mit Büchern zu entdecken, Magistrate Waldorf, Sie sagen. Ich bin froh. Oh, das will ich. Es ist viel, was wir sollten zu tun. Wenn wir zu strengen, Ihre Majestin's Claim, als sie die Palästin-Ledger auszumachen, für die Wahrscheinlichkeit der König-Regenten. Es scheint, dass sie eine veritete Mauten von Gold auf die tägliche Purchase der Super-Claim? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Es war nicht ein Etem, die sich in der Nähe auszumachen. Vielleicht hat dieses Wissen, wird uns in unserer Pursuit von der Faustin-Ledger auszumachen. Aber trotzdem, ich würde fragen, dass Ihre Majestin nach Vermont's oberen Eingang und diese jungen Manns Origen probieren. Ich bin froh, es zu hören. Aber ich kann nicht die Gefühl, dass die Idee... Okay, aber... Jetzt will ich erstmal gucken... Ähm... Ne, das nicht. Da ist doch irgendwo... Zeichen. Hier, was ist das? Soll ich da hin oder was? Glaube ja. Das ist doch... Das verstehe ich nicht. Warum? Warum? Soll ich das Haus? Warum? Soll ich das Haus? Ich bin froh, mein Freund. So, was sagst du? Was sagst du? Würdest du gerne leben? Vielen Dank, mein Freund. Ich wusste, dass ich mich auf dich wäre. Ich bin froh, aber... Ich bin froh, Es ist froh, es ist froh, es ist froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Okay. Geil. Ja, also... Das finde ich vollkommen in Ordnung von dir. Allerdings... Ähm... Wenn ich hier noch... Damit das weitermachen... Kann ich jetzt hier... Was? Ich hier runterspringen wir kurz. Ja... Ich schlafen kann ich hier lang. Oh... Kann ich nicht lang. Ja, endlich wieder schön verlauf. Das stimmt auch was nicht. Was hier... Oh shit... Was ist denn mit dir? Ja, was ist denn mit dir? Ja, hier, warte. Ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ich bin froh. Oh, einfach mal schauen sie. Sie sind die meisten... Sie sind die meisten... Sie müssen die... Sie müssen die Schwestern... Sie sagen... Sie können mir nicht, wenn ich noch einen anderen fragen möchte? Sie sehen, ein meiner Freunde, hat mir ein Schuss gemacht. Sie müssen Sie sich mit dir treffen, jemanden Sie mögen. Sie müssen, alles, was Sie tun, ist finden, eine Silberstunde. Was ist das? Aber da ist das Problem. Ich bin froh. All over, would you find a silver stone and bring it to me a reservoir true and I'll be waiting. My next mission is to require a silver stone. Mayhaps silver ore will serve. We can purchase it or mine it up ourselves. I quite agree. Ready, guck mal. Ist es mit dir so? Ja, ist ok, ich bin schon wieder. Oh, es ist verdächtig hart. Ach du schon wieder? Ne. Ok, ich guck mal, ob es hier ein Bäckerbücher gibt. Guck mal, ich hab die Bücher. Bücher? Ich war ja hier schon mal, aber ich weiß nicht mehr. Ja, er wird nicht Bücher bauen. Ja, er sammelt für mich. Ja. Manche Bücher. Es sieht nach du schon aus. Okay, hier kann ich nichts machen. So, lieber jetzt mal. Aber vielleicht da oben. Okay, hier ist schon mal nichts. Dann würde ich sagen... Hier muss ja irgendwas sein. Ja, mein Glück ist das ein bisschen eingezahlt mit dem ganzen Zeug. So, da war ich jetzt drin. Oh, ich bin. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Oh, ich bin. wenn ich nicht mit ihr jeden mein freund sagen ist das beste ich will die armen bestehen ist immer eine tolle sache okay ich habe keine ahnung das ist natürlich schlecht aber ich vermute hier irgendwas versteckt komme ich hier entlang wir müssen nicht die eine tür ist schon verdächtig jetzt doch weit über madame ich probiere es doch von der anderen seite er ist unterfallen kann man halt ein bisserl weg so vorsicht mit gefühl sehr gut und jetzt okay das ist natürlich gibt es doch nicht diese komische tür da unten wie komme ich da rein ja 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 Ja? Ja natürlich Hey! Verstehen! Ah, ich möchte nicht nochmal in den Kerker Ich muss schon wieder mit allen blubbern Ist der schon mal drin? Achso, ja, dann finde ich vielleicht schon mal drin Ähm Warte, bereit? Ist das wahr, dass du der Erinnerung bist? Nur, ich habe mir gedacht, dass jemand anderes vorgelegt hat, dass du da bist Nur sicher, dass du dich gut spielst Egal die Wahrheit Ein Mann, Draco, oder auch Und ich denke, dass du die Menschen fähig bekommst Okay, das muss ich mal rein nehmen Nein, sorry Den anderen Tag? Jetzt, das ist nicht so wunderschön Aber guck mal, wer ich da gesehen habe Und rechtlich so Es hat sich so gemacht, dass es ein junger Mann sein wird Die Resemblanz war so ungegabend Es gab mir einen richtigen Schock Lass mich euch sagen Odd zu denken, dass ein junger Nobel so nahe mit ihren Gesichtern sich verändern Aber die Leben, die sie führen, sind unterschiedlich Ähm, reden wir von den Mädchen, was ich finde? Wie fällt es von der Lösen an? Bitte sagt, dass ihr sie aufsuchen werdet Sie ist eure beste Hoffnung Sie hat Hoffnung über Beruhigungs- und Schlafmittel für die Armee im Katal angestellt Aber... Da bin ich mir sicher, sie wird... Okay, ja Wenn unsere Rösen nicht ergeben sind Was Hoffnung habe ich? Eigentlich wollte ich es nennen, aber... Guck mal, die richtige Anrede, das ist schon mal sehr gut Okay Ich hab meine Rösen in der Rösen auf die Rösen Ich bin mir sehr, dass ich viel mehr anzusehen kann Ein Moment der Rösen kann auch ein Weltkirchen machen Ich bin mir sehr, dass ich viel mehr anzusehen kann Ich bin mir sehr, dass ich viel mehr anzusehen kann Ist... ist Malcolm okay? Wir haben uns ein Wettbewerb mit uns zusammen Aber ich habe gewöhnt Ich habe die Aufmerksamkeit Ich hab wirklich sehr gefühlt In die Gewölbe nach unten zu gehen. Okay, wie gehe ich in diese Gewölbe nach unten? Meint sie jetzt hier? Die Gewölbe? Ich fülle da rein. Ich brauche hier einen Schlüssel. Wenn sie sagt, die Gewölbe... Meint sie diese hier? Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Nochmal. Ich bin hier nach unten. Halt, warte mal, warte, warte, warte. Was habe ich hier übersehen? Ich brauche irgendwie einen Schlüssel. Wo ist denn jetzt der... Der... Der Dippy hin? Hä, wo ist er denn da hinten, oder? Ist er das? Du hast doch sicher einen Schlüssel. Okay, die anderen Kinder. Okay, dann suchen wir noch mal nach... Ja, das sind doch die Gas. Malcom. Malcom. All he's doing of late is pit. Don't know why he bothered. Shall we be off? We have a report to make. Jetzt. Care to be handy. Just where are these faults exactly? Let us return to Sir Kendrick. Bechanze, he will... Faults, you say? Ah, but you mention rubble, eh? Then come. I fear there's not a moment to lose. Trey, follow me. And quickly. Okay. Ich folge dir. Endlich. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Prima. Ja, dann haben wir doch hier schon mal einen Weg und auch... Das wäre ein schöner Abschluss, dir mal einen Cut zu machen. Daher sage ich ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.